die hallo hallöchen wir spielen wieder alle 17 auf der karte gold cross valley mitten seasons mod und es ist soweit die ersten felder sind erntereif und wir werden gleich mal starten hier hier habe ich alle geräte hingestellt die ich denke die wir brauchen für die ernte so ja gleich mal den ersten meter nehmen hier oder ein traktor wird eigentlich die mieter so vielleicht von der seite jawohl so und die ersten felder sind hier um unseren hof herum 14 15 12 werden wir mal irgendwie anfangen mit der ernte so wir haben dann noch das andere schneidwerk dabei das brauchen wir für mais und sonnenblumen aber das nehmen wir gerade mit und nehmen das eigentlich von feld zu feld mit bis wir dann irgendwann da angekommen sind wo was denn auch brauchen so müssen was denn nicht extra holen so meine idee so ok schneidwerkswagen ab anderes schneidwerk lassen wir auch hier stehen so öffnen wir mal den korntank und dann legen wir hier schon los so schauen am stroh stroh hammer ok stroh kommt alles klar das stroh brauchen wir natürlich ist ja auch ein bisschen was wert das sammeln war nachher ein entweder pressen wir es oder wir werden es mit großen 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 ladewagen abfahren und mal schauen wie wir das am besten machen so ok dann kann ich den dort schon fahren lassen so ich musste hier mal gerade mal platz machen sonst hatte da kann man da nicht drehen so den fendt darüber der doll soll abfahren hier also eigentlich fahren ja da die ganzen geräte ab aber auf das feld werden wir jetzt erstmal den anhänger voll machen hier den brandner so den positionieren wir mal da und da kann doch noch ein bisschen dünnen wir müssten jetzt den überladewagen haben genau brauchen wir aber eigentlich noch gar nicht unbedingt wir sollten noch den zweiten dröscher hier einsetzen natürlich so das gute stück damit wir da zwei dröscher am laufen haben wenn wir schon zwei besitzen kommen wir natürlich auch viel schneller ran den werden wir aber nicht hier noch auf das kleine feld schicken den wenn man gleich einfällt weiter schicken und dann können wir da auch schon anfangen mit dem ernten sollte auch gerste drauf sein dann können wir das alles hier in den anhänger füllen wenn das da rein passt so ich glaube hier ist ein guter platz so punkt hat dank geöffnet kontakt schauen ob hier jawohl das funktioniert jetzt müsste ich bloß den überladewagen wieder haben da ist er jetzt kann ich nämlich hier die geräte oder beide dröscher während ihre arbeit abtanken ich könnte noch ein tempomat einstellen so auf zehn kammer mit zehn kammer wird da gedroschen und dann sollte das gut funktionieren genau der kommt da zurück da oben haben wir ein zum abfahren der andere dröscher ist da unterwegs jawohl stroh kann noch ein bisschen liegen bleiben haben wir gesagt treffen wir denn oder sammeln das ein und schmeißen das da drüben in die scheune so warten wir mal bis er gedreht hat dann machen wir den leer und dann fahren wir nachher zum anderen der hat ja hier schon fast die hälfte vom feld sage ich mal geschafft so was macht er denn so könnte das aussehen jawohl so sieht es aus fast zu weit weg von innen drin gar nicht so gut zu sehen 5000 liter haben wir schon nicht schlecht hier für das kleine feld ich bin mal gespannt was unsere ernte hier was das nachher wird ok mehr gibt er mir nicht 8000 kann er da noch ein bisschen weiter machen und wie sieht es aus mit unseren kollegen hier drüben so 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 wie mal gespannt ich weiß sowieso gar nicht was hier ob in den dröscher jetzt weniger reinpasst das ist jetzt nicht die deluxe ausführung ne ich glaube da passt das selber rein so so es ist ja noch früh morgens hier auf unsere karte also wir haben noch den ganzen tag zeit da zu ernten mal gespannt wie schnell das geht so kartoffeln haben wir auch noch kartoffeln wären auch schon erntereif haben wir schon uns das angeschaut Feld nummer 16 und 9 könnte man auch was machen wird dann das nächste sein wird dann das nächste sein wird dann das nächste sein so 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 schon 15.000 liter da das gleich mal den anhänger machen hier ich glaube 20.000 kriege ich hier in den überladewagen ok könnte sein damit der vielleicht gar nicht ausreicht unbedingt so 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 ein alter horch überladewagen sieht noch mit gebrauchsspuren gibt es hier noch in in alte alt in alt in gebrauchter version finde ich noch gar nicht so schlecht so so und hier unten muss gerade noch zeigen haben wir ja zwei keiler zwei keiler zu stehen zwei keiler 2 von ropa das ist denn das zeug für die kartoffeln was war demnächst in angriff nehmen wollen Okay. So, wieder fast 6.000. Und was meint der andere? Wäre natürlich schon besser, wenn sie beide auf ein Feld sind, dann kann ich mich da besser auf beide konzentrieren. Aber hier sind ja die Felder dicht beieinander. So, der hat eh bloß noch eine Reihe hier. Und dann kann er nämlich schon aufs andere Feld. Da haben wir das erste Feld schon abgeerntet. So, beim zweiten Feld ist auch gar nicht so viel mehr drauf. Ich schicke den gleich hier mal drüber. Das wird sicher eine coole Sache. So, noch das Stroh da aufs Feld lassen und... Da geht's gleich weiter hier. Jawohl! Jetzt kommen sie da beide, äh, auf mich drauf zu. Das geht ja rucki zucki hier mit den beiden Mähdrechern. So, der zweite dreht auch schon. So, ich kann sie drauf kurz rum. kann jetzt sein damit der eine anhänger vielleicht gar nicht ausreicht da ist gar nicht was da reinpasst in den brandner anhänger 35.000 oder so nicht ganz sicher jetzt haben wir schon wieder 12.000 mal schauen ob sie da zurecht kommen die beiden miedrischer kommen sie sich noch ins gehege geht der erste fährt der zweite dreht um dann sollte das eigentlich hier abgeerntet sein nachher das geht ja schnell die ersten beiden felder schon ready so jetzt ist auch noch der überladewagen voll sehr schön 20.000 das war klar jetzt blockieren sie sich gegenseitig so jetzt hat er auch noch 2.131 liter hier drinnen passt das noch an den anhänger oder ist der jetzt voll der sieht schon richtig voll aus der anhänger ich glaube der ist voll ok so dann haben wir das schon mal erledigt mehr oder weniger der folge dort sie muss in denen 36.000 passen da rein okay ist jetzt nicht so wenig aber das ding haben wir mal voll gemacht das kommt jetzt ab ins silo dann werden wir den rest noch leer machen hier vom miedrischer und von überladewagen und dann werden wir uns mit den kartoffeln auseinandersetzen damit wir anfangen mit der kartoffel ernte die wird wahrscheinlich länger gehen wie das was wir jetzt gerade gemacht haben so jetzt fahre ich einfach wieder da drunter jetzt sollte das eigentlich so funktionieren jawohl der erste ist glaube ich erst mal durch dort haben wir erledigt weiß nicht ob wir sonst noch irgendwo in gerstefeld haben ich würde sagen das wäre es erst mal heute und als nächstes wenn man kartoffeln ernten ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal tto tto Vielen Dank.